Immer auf der Suche nach unberührten Hängen und nach Abenteuern und genau da, wo eben noch keiner war. Und da hat es eben Korsten Lingen, da gibt es so viele Berge und es ist so schön, wie gesagt, von so Fjorden umgeben, schroff und steil tragen teilweise Berge. Im Himmel ist aber auch recht spacig wiederum, also es ist wirklich wunderschön. Natur pur, gibt es keine Lift und genau das ist, was wir immer suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020